Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Video von uns, von mir. Oh, ganz schön hell hier. Ja, ich fahre gerade mit dem Motorrad, bzw. gerade im Moment stehe ich, aber ich fahre gleich mit dem Motorrad nach Soyer. Jetzt erstmal durch Bunjola, durch den kleinen Ort, dann Richtung Tunnel von Soyer. Dann allerdings nicht den Tunnel von Soyer, sondern ich fahre die Nebenstraße mit dem Motorrad, die kurvenreiche Nebenstraße über den Pass. Und ja, ich nehme euch da heute einfach mal mit. Viel Spaß bei der Tour. Reihe... Ring... 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 ... Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 So was muss ja nicht sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.